Meins ist jetzt aufgestartet. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Art. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Ich bin heute unterwegs mit Shadow. Käse gucken. Ah, also es geht ab. Und die liebe Sahne. Apropos, wo sind die eigentlich? Justice. Wo bist du? Oh, das mit der hohen Stimme sprechen geht übel auf Malz. Wo ist denn eigentlich? Shadow. Oh, das ein bisschen zu sympathisieren hier. Wir sind vier Idioten, die versuchen auf der Insel zu überleben. Das Spiel ist jetzt bestimmt schon, ich weiß nicht, so zwei Jahre alt, drei. Wir, also ich und seine Anschnitte haben das schon ein paar Mal Singleplayer-mäßig gespielt. Leon auch ein paar Mal. Brian ist voll der Kacknupp. Das war nicht meine Beleidigung. Das war nicht meine Beleidigung. Zur Zeit ist er noch voll den Hut. Zur Zeit. Und irgendwann überholt er uns. Irgendwann überholt er uns und dann fegt er uns alle weg. Geht dann eigentlich da und tötet uns die ganze Zeit rüber. Man kommt da an mit seinem Mecha, Alpha, T-Rex und so. Wir sind Überlebender! Ey komm, lass fahren! Ich bin grad grad bei mir. Oh Gott sei Dank geh ich nicht bei mir. Das ist nicht der Überstellung. Da bin ich auch. Wir werden ja am Spawnen ja ein Z-Dreieck. Eigentlich sind jetzt nur zu essen. Habt ihr ne Warte? Lass uns einfach mal kurz ans Horn treffen. Ähm, wir haben da schon aller... Wir haben da schon ein relativ großes Haus. Meine Freunde. Naja, was heißt Haus? Wir haben den Umriss von einer kleinen Scheiß Blockhütte. Ich könnte... Was könnte ich machen? Ich mach Steinachs. Ey, der Trike hockt hier in den Baum und hängt übelst fest. Der ist level 2. Ich finde ja, das ist ein Spiel wo man alles abbauen kann. Hm, alles außer... Doch, Sand kann man auch abbauen. Ich krieg nur die ganze Zeit Stroh. Ich krieg nur Stroh. Ich krieg nur Stroh. Ich krieg nur Stroh. Ja, wie kann ich? Wir haben ne Werkbank. Alter, krass. Schöne und ich kann noch nichts bauen. Ich kann nicht denn bauen, Leute. Das ist so schön, lieber Herr Klick. Ich meine, die Schöne, mit der Grundschirm ist einfach richtig komisch. Ich sehe die Hälfte gar nicht. Weil mein ganzer... Mein Bildschirm ist einfach richtig komisch. Ich sehe die Hälfte gar nicht. Warum? du sagst du kannst mir dann bitte sagen woher die 95 eisen kommen die 100 100 obsidian 100 kristall 100 elektroteile von woher wo seid ihr denn gerade überhaupt da und ist ein stein mit öl ja aber aus diesem stein kommt kein paket auf die jahre kristall und wurde scheiße erwarten weiter Ja. Könnt ihr mir mal ein Vollnaten sagen? Warte jetzt. Ich weiß aber was soll sein, hallo. Ich hab den Ernst-Sport genommen, der ausgewählt ist. Ja, da bin ich. Ich bin gerade gestorben. Da hinten, da hinten. Ja, da hinten. Ich seh die auch. Du kommst mir gerade entgegen, wa? Hi. Ich hab ein bisschen Beine trainiert. Was lachst du denn da? Beine trainieren, Alter. Was lacht ihr denn da? Alter. Alter. Nach BD aus. Ich hab Beine trainiert. Und ein bisschen Kopftraining gemacht wird. Höhenjogging. Sicher. Ja. Was denn? Was geht mit ihr? Wie kann man sich denn nochmal selbst angucken? Wie kann man sich denn nochmal selbst angucken? Oh. 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 Du Herbst. Oh. 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 Ich hab mich grad geboxt, Alter. Hast du mich grad geboxt? Yo. Ich habe Beintraining gemacht. Ich schlag dich mit dem Bein. Das wirst du nicht machen. Ich habe mir gar keinen Schaden. Ey, das ist doch PvE. Wir können gar keinen Schaden machen. Oh, boxt mich doch mal, ey. Meine Biene könnt ihr boxen. Wieso jetzt, Brian? Habt ihr irgendeinen festen Ort, wo ihr seid oder so? Ey, ich will mein Speer gehen, ne wieder. Nehmen wir das doch. Ey, ach L1. Hast du gerade mein Speer gegessen? Ey, bei meinem Speer wieder du Penner. Was? Musst du das nehmen? Muss er denn? Geil, mein Mann. Menschliche Päkalien. Päkalien. Hast du den nicht? Was? Boah, ich bin hier einfach. Ich muss mein Speer. Hast du das denn nicht? Das stimmt immer noch. Nein. Benutze deine Hände, was? Brian, wo bist du? Ich weiß nicht, ich kann nur mit der Hand. Übrigens, Gewicht und Geschwindigkeit mache ich über. Wegen Luft und so eine Scheiße. Und an sich, weil ich hier meiner Meinung nach nicht backdomme. Also doch, irgendwann... Irgendwann steht es gelingt auch auf Stärke. Ey, ich glaube, ich hab euch gesehen. Wie, ich bin da verhungern, Alter. Ich bin am Arsch, das wird verwehren. Wie viel Essen man braucht. Eine Werkbank, eine Tour... Ja, die Werkbank hat die kleine Sau sich grad geschietet. Okay. Ja. Ey, Server hat mir Mann, der Typ ist Gott. Ich hab Faser. Komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal. Komm. Ich beschmeiß' euch damit, Kacke. Digga, dein Ernst. Wir nehmen grad auf den Pinner, spiel doch ordentlich, joa. Nein, ich geh ohne Axt. Das heißt, ich brauche Level. Wie levelt man richtig durch Strohfarben. Ich geh kurz mit Holz, Mann. Warum bist du so langsam? Lass mich, Baywatch Time. Baywatch Time, ja. Mit den Oberkörper, Alter. Tränen wir mal weiter. Alter, man hat richtig fette Warten, Alter. Hey! Ich brauch so'n Ding. Warum mir auch so was? Was? Ich brauch so eine. Ja! Wieso kannst du das jetzt nur? Ich brauch so'n Ding. Ich brauch so'n Ding. Warum bist du Level 80? 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 ähm wie viel muss ich denn essen? Alter, warum cheatest du denn? Ich hab'n Mosshop getötet, Leute Mach'n neuer Level Ein Mosshop Mach'n neuer Level Wie schnell meine Dörren Nahrung untergeht Was kann ich jetzt mit dem Mosshop machen? Meine Nahrung geht hoch Jetzt geht komplett raus, hä? Ah, ne Steinachs kann ich mir schon machen Wasser Wasserschlauch Naja, was kann ich denn mit dem Mosshop zu machen? Welche Level hat denn der hier? Haben wir schon, haben wir schon, äh Armbrüste oder so Oder ich würde hier den Ceratops Der ist Level 2 Leute Ich hab'n Ich hab'n Tue getötet im Mosshop Was kann ich denn jetzt mit der Leiste noch machen? Fleisch raushauen Also wenn ich jetzt gehen haue, kann ich Fleisch kriegen Ja Mit der Spitzhacke kriegst du mehr als wieder mit der Axt Oder andersherum, weiß ich nicht Mit der Spitzhacke kriegst du mehr Fleisch Mit der Axt kriegst du mehr Leder Naja Dann mach'n aber Leder, weil Fleisch kriegst du ja sogar so ein bisschen raus Auf jeden Fall der Bären Ähm, haben wir einen Mörser? Haben wir einen Mörser? Ja 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 Passend Hier liegt eins Leon Hier liegt eins Leon Hier liegt eins Leon aufm Boden Ich glaub'n wir müssen Fleisch holen Ich glaub'n wir müssen Fleisch holen Ich mach'n wir mal Fleisch Leute wo seid ihr denn? Ich bin voll aufm Weg zurück Ich glaub'n wir kann Fleisch holen Den können wir gleich braten Ey wie viel Bären muss ich gleich essen alter Ich glaub' ich hab' keinerlei Berechtigung gehofft Aber ich bin glaub'n der Frau Leute wo soll ich denn hin? Wo bist du denn? Jetzt Zum Spawn Ich war ja noch nie bei der Warte 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 Äh, die unteren Koordinaten Die unteren Koordinaten sind zwischen 30 und 40 Und die linken Koordinaten sind 80 Also 80 links und 35 unten Mit dir Touchpad kannst du die Karte öffnen Hab's ja Kannst du sehen die Koordinaten So macht Musik 80 unten Ne 80 links Und unten 35 Ja Ja Äh Kannst du bitte kurz weg gehen Ah Ah Kannst du doch nicht weg Ich sammle die Sonne ein Ich klau' kein Nut So Ich geh jetzt brennen Aber vorher Pockets Fleisch rein Da ist irgendein heller weißer Strahl Ja Lauf man zu Strahl Ich bin einfach Hunger Leute Ich brauch' Essen Nein 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 Noch nicht Brian So ist dahin laufen Wow Was Wieso stirbst du Was Wieso stirbst du Du stehst da vor mir Ich mach' Ich mach' ein Geld Ich mach' 20 mal Fleisch Geh' in den Busch Und dann drück einfach das Dreiecks Dann geh elle hin Und dann geh' hin Und dann gehst du hin Dann gehste Dreh ein Ich brauch' die Harte und du siehst hier einfach Das geh' die Harte Dann geh' die Karte Dann Driver lagerfeuer machen eine andere idee aber eine sache haben wir einen mörser gleich gleich oder ist gleich ich baue gerade ein ich habe zwei kisten stein im leder drei mal essen und mit bären mechow berry wer ist ich fress mich jetzt voller Mejo-Berries ich habe Zündpulver geiler Scheiß ich habe ein einfaches Bett ja da ist ein Lagerfeuer Videoclip gespeichert, der erste Aufnahme ist vorbei, 15 Minuten das Bett kann nicht gesetzt werden, muss auf einen Boden platziert werden, ja ist doch ein Boden oder habt ihr Dächer als Boden benutzt Spät, nein, aber du musst jetzt in unseren Stamm, dass du überhaupt hier irgendwas machen kannst lad mich ein ich kann das nicht ich habe nicht genug Rohstoffe Feuerstein, hast du einen Feuerstein? ja klar ja hab ich Feuersteine ich habe gerade Fleisch gemacht, das sollte in dem Lagerfeuer drin sein was willst du machen, Zündpulver? wer wer könnte mich jemand könnte jemand wie meinen Stamm einladen? hier du Homo ich brauch ein Feuerstein hier hast du Dings 100 wie nimmt man das jetzt an? du musst zu ihm hingehen und 3 gedrückt halten, dann wird dir das angezeigt ja geht ja weg ich kann ihn nur einladen der kleine Knopf da da ist das ähm Sana okay ich habe Beine drin jetzt ich war zu lange vor dem Feuer ey nimmt man die Einladung die Einladung die Einladung ne äh Viereck gedrückt halten ach hab ich ne Einladung überhaupt bekommen? ja ich kann die nur einladen ja ich kann die nur einladen ich kann die Einladung nicht annehmen ich kann die Einladung nicht annehmen ey wie kann man eine Einladung annehmen? die Einladung dauert eine Weile und die Beeren machen nicht viel das ist Boa und Fleisch ja ich habe Rüstung gemacht meine Nahrung ist auf 33 ich weiß nicht wie ich habe nur Armrüstung gemacht ich habe um die 48 Beeren gegessen ich hab die alle drum, Alter ja ich kann immer noch nicht äh scheiße ich bin immer noch nicht im Stamm wie kann ich denn am Feuer? achso ich kann nicht wirklich am Feuer machen weil ich mich für euch behöre ja genau ich habe mich doch an Enkel an Einladung zu starben ich weiß aber nicht wie viel die Einladung ich bin hingegangen hab Dreieck gedrückt warte ja aber bei mir ist nichts ja denk ich oh dreie genau setten und auf das obere Ding warten dass sie grün ist oder blau oder so keine Ahnung jetzt bin ich eigentlich drin oder? ja oben genau ja ich bin jetzt drin ja jetzt und ich sponsore ein Bett und pack es schön ich glaube jeder muss hier sein eigenes Bett bauen ne das kann einmal jetzt für alle wieder verwenden aber nur einmalig schnell reisen geil Items fallen lassen das ist jetzt das können wir hier zumindest spawnen wie die kacke und dann ist das ist das der drücken die 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 Ich will aber nicht die ganze Zeit davorstehen, einfach reinhacken Wasser. Nachts muss man leider Gottes, bis das Haus fertig ist. Ich bin auch durstig. Essig ein paar Beeren, fast schon. 34 Beeren, Alter. Muss dafür was reichen. 0,3 Wasser. 0,4. I got an. Hi, Dude. Ich habe Achsenmacht. Ja, hier, wir haben Achsenmacht haben. Ich brauch auch keinen, ich hab auch ein Spitzhacker. Ich hab auch Steinspitzhacker und noch eine Steinachse, das wäre es für die erste Verordnung. Haben wir irgendwie ein Bogen oder so. Oder einen Mörser am besten. Ich habe ein Fragspunkt zu kommen, geil, kann ich nochmal runter Ich kann nicht mehr verhalten Die da schlafsack Ich geh kurz auf Klo Jungs Die sind nicht eigentlich die Packs mit Fleischbraten So, Mörser, haben wir schon einen, ne? Ja, jetzt können wir einen Kahn nehmen Achso, hier Achso, hier Dann würde ich jetzt... Haben wir Fleisch? Irgendwie in Ansatzweise Ich kann die Leiche hier nicht tragen Übrigens, die schwarzen Bären würde ich wegschmeißen Warum? Wenn du die frisst, fällt es um... Weil wenn wir Fleisch haben, könnten wir ähm... Betonungsfeiler machen Der Mörser Der Mörser Ja? Ja Oh Ja 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 Ich denke, hier ist nämlich ein Typ, der Am Bau festhängt Den könnten wir... Der ist Level 2 Der würde erstmal reichen Für... Dings Farben Bären Bären Ich will in der Bären fahren Und äh... Genau das Fleischfache Das wir in der Hütze mit dem herstecken können Naja Wo ist der Dinos? Wo ist der Dinos? Wo ist der Dinos? Die muss doch generell auch ein Dinos gut holen Mit dem hersteck ich will ein Eifert hier bezahlen Wo ist der Dinos? Und es soll die Dinos von der Dinos Nee, nee, nee. Wie kann man denn alles rüberziehen mit einmal? Ab, wie packt mich mehr so rum was man denn hier? Das ist nur noch zu schnell, ich werde mal gucken, wenn er sich in einem Server einsteht, und dann zeigen, ob es hier in der Maschung geht. Du gehst mit Maximum gespät, und du brauchst die Beine in der Maschung. Ey, ich spiele hier. Ich werde noch ein bisschen in der Maschung. Büsschen. Das ist Künstler, das ist Barsch! Dborne Menschen zu ihrer Ausatung. Für sich darüber nachgedrängt bei Barschuhe das Wasser. Ja, ich hab null Wasser. Geh jetzt Wasser am Trinken. Okay, er trinkt durch. Schon Männer trinkt durch. Jetzt. Okay. 1, 2, 1, 1 8, 1, 1, 2, 2, 1 5, 1, 2, 1 4, 1, 1 So, hast du jetzt Fleisch oder nicht? Ja, ich kann es mal machen. Ähm, die Flüssigkeit. Ach, den hier vorne, den. Den wollte ich zähmen. Ich war ja nicht derjenige, die hinter uns zähmen. Ist er tot? Ich kriege den Leder da durch. Ich kriege die Schnitzhacke nicht mehr Fleisch. Ich kriege die Schnitzhacke nicht mehr Fleisch. Und, Kirchner? Ich kann auf jeden Fall ein bisschen Fleisch direkt. Mit Feuer legen? Nee, ja, ein bisschen ins Feuer. Ich sage, ein bisschen... Wir kacken hier die ganzen Zeit. Da ist er schon kurz, oder? Ich kriege die Rohstoffe dann geworfen. Ich kriege die Rohstoffe dann geworfen. Reingelassen, achso, von mir. An die Nacht wird erst endlich noch vorbei sein. Wie lässt man Items mal fallen? Also, bitteschön, einmal da, Schlafgarten. Käsegum? Ja, er hat doch gemeint, er geht nicht. Hier einmal da, wer auch immer bei der Backpack ist. Da liegt Fleisch. War halt in 13 Minuten, nimmt nämlich auf. So, Brian, bist du in der Nähe? Ja, komm, das geht wieder zu euch. Wir bringen jetzt einmal Fleisch, endlich. Alter, dann macht das ja... Drei Fleisch und dann ist man voll. Für der Erste. Der hebt einfach das Fleisch nicht auf, der geht einfach weg. Wer? Nein, wir braten das Fleisch. Wie geht das? Es wird dank dem Hell, Leute. Ja, wir können schon umlaufen. Ich pilotet jetzt wieder aufgerecht. Nee. So, hier liegt. Der andere ist bei mir unten in der Tarsol. Der muss ich erstmal hochziehen. Wie lange kann ich denn unter Wasser atmen? Ja. Der, der. Der, der. Wasser oder außenrum